hallo genau genau das ding hat hier plus 22 gerade gucken weil ich hier ja man hat andere flügel als duffy und über die hinweg da weg da wenn ich sag vorsicht dann verschwinde genau dann haben wir schon zwei von diesen teilen doch schön wie stellt man die eigentlich her keine ahnung war jemals so rund um der akauf kommt jetzt an ja ja klar natürlich wie leuchtet der baum da unten eigentlich ist ein chance cube im baum gespawnt wieso denn wo leuchtete da was da leuchtet bei mir nicht doch der leuchtet wurde ein welcher denn hier hier wo ich drüber schwebe aber mir leuchtet dann ach ich habe nachtsicht ja hier warte mal warte mal warte mal 56 plus ja wie du hast ja das machen was hast du gekriegt herr mit card card plus behalte würde ich sagen ich setze nächsten ich setze nächsten ich war dran was nein ich bin doch dran wie viel hast du noch 16 habe ich auch ja guckt euch doch mal um mensch ich setze ihn hier ins loch rein wo minus 75 viel spaß ok jetzt ernsthaft du hast den hast du jetzt wirklich gespawnt gekriegt da gab es einen erfolg für dich meters ok nicht alle ja warum rennst du mir denn ins schwör ich hau ne nein das war meiner ich hätte nach hauen müssen so warte ich komme zu euch runter wieder ist doch egal wer einen haut hauptsache in der stadt leute leute ich brauche mein zeug wieder ich werde verfolgt ja aber ich kann dich nicht hauen mit dem renn weg nicht richtig anziehen wegrennen ja ich versuche das ja wo ist denn unser hero brian hin ach hier ist er so ok der hat 800 der hat 400 herzen ok krieg ich jetzt krieg ich mein zeug mal wieder hier leute ich will wissen was der spawnt haut den das ist ja da drin da drin aber haut nicht mich ich werde sagen wir sprechen uns ab wer den haut weil sonst hauen wir uns nur gegenseitig tut ok ich will wieder ich will wieder hat es mir diesmal nicht ausgezogen ach ja weil sehen gebunden ist da muss ich sowieso noch ein bisschen was machen mit sehen gebunden so jama ist jetzt dran ja mit du darfst auch gerne wenn du willst was hauen ja warte ich hau den ich hau den wo ist dafür ich will fliegen das kommt gehe ich weg ansonsten bin ich hin warum gehst du denn auf dem boden mensch warum gehst du auf dem boden wenn du das ding haust komm her wie viel hat denn der noch das siehst du doch oben lies doch mal was das spiel dir anzeigt noch 600 noch 516 so dass ich will wieder weg da ok den ich eingraben im boden stimmt ich glaube immer hier ins loch oder machen wir wieder folgt dir lockt du denen ist noch gar mehr gar mehr ok ich habe meinen fatig der typ auf dich zu jammer hey er stelle ich einfach irgendwo hin also ganz raus müsste nicht gehen doch hier drüben so hallo seid ihr noch da leck ich ja ja wir sind noch da wir sind voll konzentriert weißt du so jetzt kann er jedenfalls nicht mehr raus doch der ecke kann er noch raus da wo da wie ist was nein ja hier kann er lang da wo du bist ich möchte mal was essen wieder ich will wieder ich will wieder da wie ok ja dann hau ihn ich bin doch schon weg der ist hinter dir nein er ist hier bei mir ok der ist bei jama vor allem lächst du bei mir oder lächst du auch bei euch also bei mir lächst nix bei mir auch nicht dann spielt mein internet aber es sieht für mich so aus als würde er hinterlich hinter dir stehen und du schlägst denn gerade irgendwie schon ja sehr komisch auf jeden fall weil ich habe den hier in das loch locken ich schaden weil der mich getroffen hat ich schaue dann auch mal ich hau den ich hau den bleibt vor dass man jetzt gerade extrem so bitte bitte nicht dazwischen gehen wenn man das nennen ist loch hinten rein pusht so welches loch und das zwei hier die zwei tiefe hier will er nicht rein nein das hier nicht dass man wieder rauskommt du musst ihn da rein hauen der geht nicht da rein na du bist in rein hauen jetzt ist er drin weiter 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 vorsicht ich will auch mit hauen lasst mir auch mal platz ich bin gespannt was der droppt natürlich musst du da jetzt bauen ende du sind das jetzt drei team das ist voll unpraktisch aber wirklich ich dachte wir machen da wie ich auch nur wir kommen dann nicht ran eben wir können doch einen runter dann kann ich von hier unten auch mit draufhauen jetzt haut er mich hier ja aber dann springt er hoch und dann kriegt man schaden wenn er und wir haben wir da wie mensch auch den wieder ist doch egal der ist doch eh gleich tot und er macht doch keinen schaden ja zumindest nicht viel mehr dass da wo du stehst lebst du auch gefährlich weil wenn ich hoch gesprengt werde und ich haue in dem moment dann bist du tun ja das meinte ich das war so klar dafür geht er unten weg ich hab noch nicht gedacht dass du da rein springst ja doch warum weil ich da reingesprengt wurde ja ich hab doch gesagt du bist doch ungünstig warum musst du nicht auf mich selber schuld so kannst du nicht hier kann einer den den kleinen zombie hier mal wegnehmen mir das jetzt mit dein graf auf ja würde ich ja gerne dann mache hoch ich habe nebulöses herz bekommen okay okay so was hast denn du bekommen dafi ich habe nichts bekommen ich habe auch nichts bekommen gut dann hat es nebulöse herzen gespürt gegeben okay was kann man mit denen machen interessante sachen ein alter des lichts einen apothekary cauldron keine ahnung so wer ist jetzt dran ich immer noch nein mal wieder um minus 97 ich glaube ihr wolltet weggehen okay viel spaß okay nein das war noch nicht ich bin nämlich heute ein bisschen feige wow unsichtbarer gast wo ist der unsichtbar ja das ist ja nicht ja das ist ja ein echter warte mal warte mal warte mal das gäbe auch auf der minimap nix das ist ja unsichtbar das wie ich warte mal du musst die partikel beobachten warte mal da oben irgendwo ja wenn der irgendwo bleiben würde ne ja ich glaube das macht keinen sinn so ich würde sagen wir sollten abstand halten voneinander wenn wir anstatt dass wir uns am ende gegenseitig aus der luft holen ja das wäre total ungünstig ja aber man kann nicht immer nur gewinnen mach mal einfach weiter genau das ist bisschen schaden genau komm da wie du willst ja ich hab doch schon platziert wo denn wo bist du denn wo bist du denn mach mal hier hier ach hier ja das leck bei mir jetzt hast du platziert bei mir minus 30 viel spaß okay okay du explodierst ja das muss ich okay jetzt bin ich wieder dran bei mir hat sich noch gar nichts getan warte ich ich reconnecte mal wartet auf mich bitte ja 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 wir warten auf dich das freut mich okay wartet und äh auch nicht ähm gucken wir mal in das andere rein auch nur das Inventar voll dann mhm aber gucken will ich jetzt sind ja da noch so ein paar Chance Cubes versteckt ach man wenn ich was schreibe kommt es sofort beim Server an aber es dauert bis zu einer halben Minute bis es bei mir ist oder noch länger ach was so ein langsames Internet derzeit nein das hat ich vor allem ich kann ja mit euch nochmal reden in TeamSpeak funktioniert alles prächtig ja keine Ahnung machst du irgendwas falsch bist du denn wieder da ja ich bin wieder da und der Chance Cub hat minus 2 okay gut äh ich öffne den mit einem Eisenbarren ja ui das ist nur ein bisschen Lava jo jetzt baust du ihn bei mir gerade ab und jetzt ist die Lava ausschienen okay aber das scheint genau da sitzen zu bleiben ne mhm mhm okay macht nix dann äh brauchen wir jetzt einen anderen Platz weil sonst wenn da Sachen rausfallen die gehen kaputt hier ähm genau gehen wir da unten ne okay minus 38 okay viel Spaß oh diese Teile ja 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 hui die nehmen wir mit die nehmen wir mit die nehmen wir mit hui funktionieren die auch durch Schnee wartet mal warte mal warte mal ich hab keine Spitzhacke ne ne das heißt ein Block haut dich da mal haut dich drei Blöcke weit ich hab noch das Ding scheint so so ich hab keine Spitzhacke ich kann das jetzt leider nicht abbauen oh wie cool die ich mag die Teile Spitzhacke ne ich kann mal gucken was da noch drin ist da hab ich noch nicht rein jo aber davon haben wir ja auch schon einige ja äh ich glaub ein Stack und 16 oder so aber ich mag die trotzdem die sind voll cool warte mal ich mach euch mal Platz hier dass ihr die noch abbauen können so ja okay habt ihr alle jo jo so wer war jetzt eben zuletzt Daffi ne ne ja mal da bist Daffi jetzt dran ja Daffi ist ja minus 36 okay viel Spaß ja 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 was ist denn da los Enderburn komm her 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 das haben wir gerade exakt gleichzeitig gesagt Method also so dass es bei mir dass ich es gesagt habe als es bei mir ankam okay passt ja aber ein Lern ist ja plötzlich jo okay jetzt bin ich dran mal einen von ihnen äh minus 27 okay ja die machen wir dann wenn die weg sind okay ich krieg bestimmt irgendwas trofes wieder naja ich meine Bienen 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 Nein was ich glaub dafür nehmen wir mit die nehmen wir mit nein das kann die auch so abbauen was spawnt da an der Mitte was Wespen spawner hier in der Mitte ähm ja den sollten wir vielleicht abbauen ach wieso denn ähm weil ich glaub der ist nicht gut weil wenn das so Wespen wie im Nether spawn ach mit der Axt ich glaub die wollen wir nicht haben jetzt bin ich warte 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 setz ihn da drauf warte 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 20 ui yay was bist du denn was war das ich hab so ne grüne Perlenkette da ich hätte sie gekriegt wäre mein Inventar nicht voll okay ok Creepern ok also mein Inventar ist auch irgendwie voll und ich hab hier so einen blöden auch wieder blöden Zerstörer äh äh zerstörten ähm ne den kann man nicht mal setzen nein behalte den damit kann man funktionierende machen ja ich mach jetzt auf ok äh ja mach mal auf John Cena nein ich hab ein Herz vor allem jetzt läuft die Musik noch wenn man hier dann fliegt so so ok ich bin äh nein nach Duffy bin ich fünfund acht und fünfund acht und fünfund fünf acht ja diese diese Dinger da oh kann man hier eigentlich Etherportale machen ja so äh lasst mich mal lasst mich mal lasst mich mal ja mal lass mich mal bitte ne ich muss doch minus 28 ok ich muss das Häschen sichern nein ein wirkliches Kiwi ach nö komm wir suchen uns ne neue Stelle ja würde ich auch sagen wieso Häschen du kommst mit zu uns ach der ist jetzt wieder verschwunden nein das war doch nicht der echte Kiwi war nicht ok nein hier ist ne lila Kuh nein die hat damit nichts zu tun das ja aber das ist bestimmt ne Milka Kuh naja aber die geben die geben verschiedene Flüssigkeiten als Milch und jetzt kommen wieder her wo seid ihr denn alle sollten wir einfangen ich bin hier ich bring nur schnell das Häschen in Sicherheit ja mach mal bring das Häschen in ich hab da irgendwie so ein komisches aber Mythos 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 drück mal M ich will unbedingt zu den Planeten ja werden wir bestimmt auch noch machen weil ich meine das ist bestimmt eher der Sinn von den ganzen Sachen hier ja dafür brauchten wir aber erstmal die ganzen Sachen um da hin zu kommen ja was braucht man denn da alles ja das wird doch produziert dafür hat er so ein Teil gebaut ja Rohstoffe haben wir da bestimmt schon einige aber was was ok warte mal ich war eben dran ähm Jama ist dran warte 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 ich muss erstmal wieder raus ich bin gut dann ist Daffy dann bin wieder ich 7 ok also fast 50-50 mhm warte so jetzt kann ich nachgucken soll ich den mit 100 oder minus 100 abbauen nehm nehm mit 100 bitte so Daffy was für was stimmst du minus 100 dann ist doch überstimmt was nein ernsthaft haufenweise John Sinas oder was ja ich frage mich jetzt was rausgekommen wäre beim plus 100 ok äh hat einer von euch was zu essen ich hab nämlich äh ne waaah das ist noch einer ok boah diese John Sinas machen aber unglaublich wumms hier äh lichtlauter Zeug hier ist noch einer hin bei dem Baum äh Daffy hast du noch was für eine Truhe dass ich mal ein bisschen Zeug loswerden kann 23 äh ne leider nicht aber ich hab noch ein bisschen Erdäpfel wenn du willst 23 gell und bin ich ach ich bin da oben Skyblock Map ach ja stimmt den hatte ich auch mal was Daffy hat eine Skyblock Map bekommen so ne so ne richtige Skyblock Dinger wer hat die eigentlich erfunden ach was ganz da oben da 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 seht ihr das wer ist denn jetzt ich oder äh nein da Daffy bin ich na dann mach Hede gut dass ich keinen Fallschaden bekommen ok Daffy ich würd weggehen minus 8 ja mal guck mal minus 8 wo und was steht denn da help me ich frag mich was der was der handelt oh das ist so fies ne ach ja es ist ja Nacht das krieg ich sogar nie mit ich bin halt tot wenn das so weiter geht das ist Blattnum dann is doch was hier hast du 20 Brot warte 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 ich muss erstmal was loswerden damit ich das aufnehmen kann hier Eisen schmeiß ich einfach mal weg ok ähm dann äh äh ne die brauchen wir ja Pfeile schmeiß mal weg so hier spinne hau ab man so ähm du dann ah perfekt perfekt das schmeiße ich jetzt mal so die ganzen Beutel rein tschüss tsch 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 Es wär zu einfach! Was? So, wer ist jetzt dran? Äh, wer hat den eben gemacht? Ja, aber Mieter ist das nicht. Ja. Warte, warte. Äh, falsches Ding. Äh, 15. Okay. Weg hier. Meinen Wetter! Nein, Toffi, was will ich denn mit deinem Ramsch? Hahaha! Warte mal. Machen wir das mal alles so in die Truhe rein, so, ne? So. Ey. Damit darf ich seinen Quatsch auch hier? Mein Quatsch. Äh, warte mal, warte mal. Ich glaub, ich hab mein Schwert jetzt da mit reingeschmissen. Ähm, ja. Darf ich mir meine Büschung auch anziehen? Nein, ich hab da ja auch Büschchen drauf. Und, Toffi, wir brauchen noch ne Truhe. Ja. Würde ich. Hahaha. Mach mal, Toffi. Mach mal ne Truhe. Genau, mach mal ne Truhe. Ich bräuchte erstmal mein Angel-Lücken wieder. Ach, hab ich sogar an? Wieso? Hab ich den anbehalten? Ich spinne, hau ab. So. Vor allem, was hier alles spawnt. Irgendwas leuchtet hier immer, wenn ich hier so lang gehe. Infusion Stone. Er so leuchtet? Hey. Jedes Mal, wenn ich hier so hingehe, geht's nicht dann. Das ist doch schön. Kings Lime Throwing Knife. Ja, meine. So, haben wir noch Platz in der Truhe? Ne. Hey, was, was denn jetzt wieder? Wir haben Blutmond. Ja. Ach, deshalb. Ach, Mann. So, ich bin wieder. Ja, dann mach mal. 49. Plus oder Minus? Plus. Those items of yours need a little personality. Oh, das nervt, diese Viecher. So Taffi ist dran. Ich verstehe gerade nicht, was das heißen sollte. Die Items von dir brauchen etwas Persönlichkeit. Ich hab keine Chance, guck's mehr. Hat sich irgendwas geändert? Oh, nein, eingesammelt. Na, ich. Ich. So, erstmal hier die Viecher weg. So. Ich hab hier die ganzen Dinger gebaut. So. Ja, mein Zeug. Ähm, Eukalyptus Setzling. Brauchen wir den? Ne, ich mach den. Ähm, weil ich weiß sonst nicht wohin damit. Oh. Ich hab so übelst viel Zeug. Ähm, ne. Ich hab ne Gießkanne. Warte, ich guck. Minus 49. Warte mal, eigentlich wär ich dran gewesen. Achso, ne, Taffi ist dran. Taffi raus da, die Dinger sehen cool aus. Ja, ich komm nicht raus. Ich hab mein... Ich bin tot. Himmels Willen. Hilf mir doch mal. Hier ist irgendwo noch so ein Zeug. Jetzt flieg raus. Ich hab ne Ecke weggemacht. Hilfe. Okay. Dann haut mal hier die Viecher tot. Boah, meine Güte. Wenn ich nicht wüsste, dass das Euk tödlich wäre, würde ich ja oben bei uns machen. Aber ich hab Angst vor so nem riesen Knall. Echt mal. Boah, was hier alles steht. Oh Mann. Ich setz den nächsten Block. Ich setz den nächsten Block hier. Wo denn? Wo ist denn hier? Hier. Da, wo es leuchtet. Ach dort. Da, wo es leuchtet. Genau. Warte. 27... Warte. Glaub ich. Ja, 27. Erstmal müssen hier die ganzen Viecher weg. So. So. Komm her. Komm. So. Und jetzt machen wir das Ding auch. Vielleicht macht mal einer Tag. Das wäre vielleicht sinnvoll von diesen Dingern. Hä. Und jetzt bin ich... Oho, wir überziehen. Aber gewaltig. Ja, ich weiß. Ich weiß. Tschüssi. Nein, den machst du noch auf. Den machst du noch auf. Nein, das ist ne Art Cliffhanger. Den machst du noch auf. Minus 21. Aber das... Nein, ich kann das nicht alles hochladen. Das dauert Tage. Okay. Bis zum nächsten Mal. Und... Tschüssi. Tschüssi. Tschüss.